Muskelpumpe Muskelpumpe ist eine der Mechanismen, über die das venöse Blut zurückkommt zum Herzen. Das arterielle Blut wird ja vom Herz weggepumpt und der Herzmuskel zieht sich zusammen und bringt das Blut in die Arterien. Die Arterien sind zum einen muskulöses Gewebe und diese geben dann den Primärimpuls des Herzens weiter, sodass das Blut weiter gefließt. Arterien sind auch letztlich elastisch und auch das hilft, dass das Blut weiter fließt, eben bis zu den Kapillargefäßen. Gut, und von den Kapillargefäßen muss das Blut ja wieder zurückkommen zum Herzen und die Blutgefäße, die das Blut von den Kapillargefäßen zurückbringen zum Herzen, die werden eben als Venen bezeichnet. In den Venen ist aber ab den Kapillargefäßen letztlich der Blutdruck null, mindestens der durch das Herz erzeugte Blutdruck. Und so wird das Blut nicht über das Herz hinausgepumpt, über die Arterien weiter, wird auch nicht zurückgesaugt, sondern es gibt einen komplexen Mechanismus, wie das Blut zurückkehrt zum Herzen. Zum einen gibt es dort natürlich die Schwerkraft. Wenn du aufrecht stehst, wird das Blut, das oberhalb des Herzens ist, von der Schwerkraft nach unten transportiert. Wenn du in eine Umkehrstellung bist, kommt auch das Blut der Beine schneller zurück zum Herzen. Ein zweites Prinzip ist die Zwerchfellpumpe. Wenn du fest einen ausatmest, dann entstehen Druckunterschiede in den Bauchorganen. Über diese Druckunterschiede wird das venöse Blut weiter gedrückt. Und da die Venenklappen haben, sorgen diese Venenklappen dafür, dass durch die Druckunterschiede das venöse Blut nur in eine Richtung gehen kann, nämlich zum Herzen. Dann gibt es die sogenannte Muskelpumpe. Wenn du Muskeln verwendest, dann entstehen dabei Druckunterschiede in den Venen. Und diese Druckunterschiede führen wiederum dazu, dass Blut in eine Richtung weiter gedrückt wird, denn die Venenklappen sorgen dafür, dass Blut nur in eine Richtung geht. Die Muskelpumpe ist also sehr wichtig, damit das venöse Blut zurück transportiert wird. Insbesondere, wenn du auf einem Stuhl sitzt oder wenn du stehst, ist es wichtig, dass du ständig deine Füße und Beine bewegst. Wenn du mehrere Stunden auf einem Stuhl sitzt und die Beine weitestgehend bewegungslos hältst, staut sich das Blut in den Beinen. Wenn du die ganze Zeit die Zehen etwas bewegst oder die Waden anspannst oder wieder loslässt, dann wird das venöse Blut zurück transportiert zum Herzen. Es ist auch gut, zwischendurch mal aufzustehen, einen Spaziergang zu machen. Und auch wenn du längere Flüge hast, dann ist auch wichtig, dass du entweder öfters aufstehst und hin und her gehst oder eben auch die Zehen bewegst und die Waden anspannst und wieder loslässt oder mit den Füßen hin und her wippst. Die Muskelpumpe ist also wichtig, dass das venöse Blut zurückfließen kann zum Herzen. Und gerade dann, wenn du eine Neigung hast zu Krampfadern, dann ist es besonders wichtig, die Muskelpumpe zu nutzen. Dann ist es besonders wichtig, deine Beine zu bewegen und nicht zu lange Zeit bewegungslos zu sitzen oder zu stehen. Und woher weißt du, ob du eine Neigung zu Krampfadern hast? Zum einen könntest du zu einem Phlebologen gehen, also zu jemandem, der sich mit Blutgefäßen auskennt und der kann dort Tests machen. Auch der Hausarzt kann das oft beurteilen und auch der Hautarzt. Aber es gibt noch eine einfache Weise, wenn unter deinen Eltern oder Großeltern jemand ist, der Krampfadern hatte, dann könnte es sein, dass du die Neigung geerbt hast. Und dann ist es klug, dich so zu verhalten, dass es keinen Blutstau in den Venen gibt, dass du also einiges tust, zum Beispiel öfters Umkehrstellungen machst, die Beine öfters hochlegst, öfters mal die Waden anspannst, Zehen anspannst, vielleicht auch regelmäßig Fahrradfahren, Wandern, Joggen, Schwimmen, all das aktiviert die Muskelpumpen und hilft, dass das venöse Blut mal gründlich zurückkehren kann zum Herzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017